Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Lange, heute wieder für euch in Dragonflights unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder ein kleines Achievement Guard Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden, dann Dracheninseln und dann haben wir hier das Achievement Blumentruppe. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Nutzt während der Superblüte 10 mal die Fähigkeit Wilder Überschuss, um eine mächtigen wilde Umbarklaue zu beschwören. Und das müssen wir insgesamt 10 mal machen. Ja, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen als allererstes hier das Event Superblüte. Und das startet immer zur vollen Stunde, hier etwa auf den Koordinaten 51, 60. Und ja, also um 23 Uhr, 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, so weiter. Und wenn das losgeht, haben wir hier so eine Traumfrucht, die können wir anklicken. Und da haben wir die Möglichkeit, einen Bonus auszuwählen. Da sind immer verschiedene. Wenn ihr hier gerade wie ich den hier habt, Wilder Überschuss, dann könnt ihr den einmal wählen. Das braucht ihr nämlich dazu. Und zwar pro verbrauchten, pro 200 verdienten Blüten beschwört ihr eine mächtige Kreatur, die beim Tod mehrere Blüten gewährt. Genau, das klicken wir an. Und jetzt ist es so, dass ihr nur noch dem Baum quasi hinterherlaufen müsst. Und wenn ihr dem Baum dann quasi hinterherlauft, könnt ihr verschiedene Aktivitäten ausführen. Zum Beispiel könnt ihr Mobs töten, dann kriegt ihr Blüten. Oder ihr lauft in verschiedene Sachen rein. Hier in die Blüten könnt ihr reinlaufen. Beziehungsweise spawnen hier auch so kleine Mobs raus. Die könnt ihr anklicken und dadurch verdient ihr quasi euch Blüten. Ihr seht, da geht es immer plus 10 Blüten. Und wenn ihr 200 erwirtschaftet habt, dann spawnt so ein Bär. Der wird automatisch gespawnt, da müsst ihr nichts machen, den könnt ihr umhauen. Und jeden Bär, den ihr quasi selbst spawnt für die Gruppe, gibt das hier 1+. Und wenn ihr 10 Stück habt, habt das Achievement. Ich habe das, wie ihr seht, schon erwirtschaftet mit einem Twink. Habe ich das vorhin passiv gekriegt. Mit dem habe ich ein paar Mal quasi diese Auswahl getroffen. Für diesen extra Bären, der da spawnt. Und dementsprechend das Achievement bekommen. Mit dem Main muss ich es nur machen. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ihr seht, hier ist schon so ein Bär gespawnt. Das sind diese Viecher. Und sobald ihr 10 Stück von denen quasi gespawnt habt, dann habt ihr das Achievement fertig. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Wie gesagt, das Event ist hier im neuen Gebiet, im Smuggrünen Traum, was mit 10.2 gekommen ist. Und jede Stunde könnt ihr an dem Achievement weiterarbeiten. Juti, dann hat es mich gefällt, dass ihr dabei wart beim kleinen Achievement-Guide. Ah, seht ihr, ich habe gerade meinen eigenen Bären umgehauen. Da ist es aufgeploppt. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.